Wo so Leute, hier ist wieder Drag Linus mit einer Ankündigung des heut Abend geplanten Streams. Und zwar habe ich gestern im Stream schon gesagt, dass er heute um 18 Uhr losgehen wird, aber ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen verschieben auf 20 Uhr. Dafür mache ich aber auch ein Open End mit mindestens bis 24 Uhr, das ist jedenfalls geplant. Der Grund ist, das was ich spielen wollte, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, kann ich leider nicht, höchstwahrscheinlich. Ich will mir die extra Zeit jetzt nehmen, um zu versuchen, das doch noch hinzukriegen. Die Tatsache ist, ich kann auf Windows 10 offenbar nicht mein Video Capture Software für Playstation 3 ordnungsgemäß installieren und muss rumprobieren, ob ich das vielleicht doch noch fixen kann oder anderweitig probieren kann, mit Aussicht auf Hoffnungslosigkeit, da ich es schon ungefähr sechs Stunden versuche. Dementsprechend werde ich heute eine von zwei Sachen dann spielen. Entweder werde ich Uncharted 1 anfangen oder ich werde Digimon Story Cyber Slug anfangen. Oder Cyber Slug, wie immer man das ausspricht. Hoffentlich seid ihr mit dabei. Ich warte dann insgesamt um 20 Uhr. 19.50 Uhr beginnt dann der Pre-Stream mit ein bisschen Musik und so weiter. Und ein bisschen Gequatsche gibt es davor auch noch. Also ich hoffe, ihr seid dabei und bis gleich dann schon.